Das hier ist eine NVMe SSD, also eine SSD, die nicht per S-Arte angeschlossen wird, sondern per PCI-Express kann man das eigentlich nennen. Und mein Plan ist hier in meinen NC10, meinen Netbook von 2009, das bereits einen USB 3.0-Anschluss bekommen hat, diese NVMe SSD oder eine andere einzubauen. Und dafür die WiFi-Karte, das ist die hier, auszubauen. Als Ersatz möchte ich dann einen USB 3 WLAN-Stick da reinbauen, also vereinfacht gesagt, das Ding hier kommt raus und das hier und das hier kommt rein. Und nun wollte ich das mal ausprobieren, ob überhaupt eine NVMe SSD mit diesem uralten Gerät funktioniert, schließlich ist das eine Technologie, die gar nicht so neu ist. Und jetzt habe ich jetzt Vergleich, also hier sieht man gleich schon mal, das untere ist die eingebaute SSD, die 64 GB SSD und die 512 GB SSD, das ist die hier. Das heißt, erkannt wird es schon mal. Und ich habe hier mal einen Geschwindigkeitstest auf der eingebauten S-Arter SSD gemacht. Nun ist das nur S-Arter 2 oder sogar nur 1. Deswegen haben wir hier auch nur 140 MB pro Sekunde etwa lesen und schreiben. Also wir sehen so 140 und 73, 74. Und jetzt kann ich als Vergleich mal gucken. Ich habe nämlich eben gerade einen Geschwindigkeitstest hier gemacht. Da sind noch Daten drauf vom Vorbesitzer, aber das kann ich ja alles dann löschen, völlig egal. Und hier sehen wir das Ergebnis, was ich eben bekommen habe, nämlich 200 und 160 fast. Das heißt also, die Antwort schon mal auf die erste Frage, funktioniert dieses Gerät überhaupt mit diesem uralten Gerät, ist ja. Und die zweite Antwort, ist das überhaupt irgendwie messbar, spürbar schneller, ist auch ganz klar ja. Ah, das ist doch toll. Also, wann genau ich das machen werde, weiß ich noch nicht, aber ich habe im Grunde alles da. Schwierig wird nur irgendwie diese Antennenkabel, die jetzt hier an den Steckern dran sind, hier mit der Platine da drin zu verbinden. Denn da sind keine richtigen Anschlüsse. Und ich habe zwar hier schon solche Buchsen, wo habe ich sie dann, irgendwo habe ich sie gehabt. Ah, gute Vorbereitung. Und hier, da sind sie. Also ich habe so kleine Buchsen für diese Anschlüsse. Da kommen dann diese Stecker hier ran. Aber das Problem ist eben, dass auf dieser Platine hier keine Plätze für diese Buchsen sind. Das heißt also, ich werde vielleicht sogar das Kabel abschneiden und direkt ranlöten auf die Platine. Finde ich ziemlich unschön, weil sich das dann nicht mehr so einfach auswechseln lässt. Aber andererseits nicht schlimm. Ich habe nämlich von den Antennenkabeln auch mehrere, weil ich mehrere NCCen habe.